Uiuiui Moing Moing und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rocket League Jo, hier schön mit einem neuen Skin, ich weiß gar nicht, hatte ich den schon in der letzten Folge, ich weiß es gar nicht ganz genau und wir spielen ein kleines bisschen alleine einzeln Duell und danach noch eine Runde Dropshot Ich glaube, so machen wir das Ich hatte gestern einen kleinen Unfall Ich weiß gar nicht, ob ihr das so genau wisst, ich bin ja immer so fein am Parcours laufen, blau, fiederallala jeden Mittwoch bin ich immer einmal unterwegs und dann entweder in der Halle oder halt nicht in der Halle das ist unterschiedlich und ja, gestern habe ich mir so gedacht, ich jump oh lol, das leckt irgendwie ein bisschen und ja irgendwie war das denn so dass ich an den Schwebebalken hochkraxen wollte so mehr oder minder auf jeden Fall wollte ich dann da so mehr oder minder hochkraxeln shit da habe ich jetzt gerade voll nicht richtig aufpassen können wegen der Erklärung über den Schwebebalken rüber und dann dahinter war so waren so eine so eine Stange ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich aus der Sporthalle ähm wo man sich oftmals ranhängt und im Bein hoch bla bla bloß wieder rallala ähm und ja, da wollte ich dann halt ran springen direkt und und hab irgendwie blöderweise dann daneben gekürzt komm schon oh, schade das wäre so schön gewesen jawoll und da haben wir dann auch gleich mal den Ausgleich wow, jetzt wirklich reden kann ich echt nicht bei dem Spiel echt nicht aber bei anderen Spielen kann ich das besser aber bei Rocket muss ich mich immer noch hart konzentrieren um da was halbwegs ordentliches wenigstens zu bringen huh das war gar nicht gut shit oh je ha du Hure oh du dreckige Hure gib mir doch endlich mal Boost ey er nimmt er shit, ich bin zu tief oh fuck ich war zu tief ich war viel zu tief oh shit äh auf jeden Fall hab ich dann daneben gegriffen da war ich ja immer noch oh lol hab ich dann daneben gegriffen und bin rückwärts dann wieder auf den Späbelbalken mit Hinterkopf das war recht unangenehm auf gut Deutsch gesagt oh je jawoll huh ein Glück hab ich ihn noch gerammt ey lol ich hab gedacht der kommt ein bisschen später hui alter Vater das ist ein ziemlich ausgeglichenes Match obwohl ich mich eigentlich so gut wie gar nicht konzentriere hier so war das nicht genau huh fuck trifft mich was mach ich denn warum jump ich so langsam zurück oh Gott vor allem gebe ich ihm so perfekte Vorlage ich habe erwartet dass ich ihn ein bisschen stärker weggedrückt kriege was was Geht doch! Herrje! Guck mal, jetzt mach ich hier auch ein Easy-Projekt. Tetz. Toll. So ein Hurenbock, was? Kriegt der denn so einen scheiß Lucky-Anstoß? Ich wollte, dass ihr mich nicht mehr... nicht mehr seht. Ach, so ein Hurenbock, ey. Kriegt der so einen scheiß Lucky-Anstoß? Wie ich es hasse. Nein! Mann, was mach ich denn? Weißt du, so letzte paar Sekunden waren supergeiles Match. Und nein, zweimal eine saubere Vorlage gegeben und Ende ist. Kein Boost mehr! Boah! Ah, fuck off. Ah, Dr. Hood. Oh, Liga runter, war ja klar. Äh, so, Hauptmenü. Ach, ne, ich muss sogar nicht jetzt auf Menü. YOLO. Online spielen, Spiele suchen, Dropshot suchen. Ne, nicht für alle Regionen, bitte, danke. Ist doch nur für Europa, lol. Ach, ja, so sitze ich viel lieber. Jetzt hätte ich hier auch wieder mein Knie. Könnte wieder rummeckern. Obwohl ich glaube, jetzt seitdem ich die neuen Videos mache, hat noch keiner rumgemeckert über mein Knie. Übrigens nochmal danke an Lukas dafür, dass er mir ein paar Truhen gegeben hat, damit ich meine Skins und so gekriegt habe. Oh, Lai. Schön. Nochmal schön. Dann kommt er nicht nochmal ran. Okay. Mädels. Oh, Loi. Hä? Als ob ich da nicht vor war. Oh, Mann, ey. Ich geh mir ja schon wieder auf den Schnuller. Komm. Boah, was? Für Vollidioten habe ich schon wieder ein Team, ey. Okay, genau, Vollidiot. Boah, spring doch einfach mal. Mal. Danke. Ich bin auch ein bisschen krank. Vielleicht hört ihr es auch an meiner Nase und meinen Husten und, ja. Aber den tue ich trotzdem, logischerweise. Alter. Ist mein Team scheiße. Ich bin auch viel behinderter. Du dumme Sackrate, ey. Was? Das ist, als ob der nicht... Schön. Ja, geil. Oh, boy. Boah, ich fährt erst mal ein Stückchen rückwärts, ey. Alter. Vorher habe ich das nur gewusst, dass der andere da sicherlich als einziges rankommen wird. Alter. Verwalter. Vielleicht mal ein bisschen zurück. Ah, das war eine scheiße Idee. Nein, ich bin daneben gejumpt. Das war oft richtig dumm. Schade. Ich kann nicht so ein bisschen rumspielen, ne? Sollte ja dann ja kein Problem im Normalfall sein. Spiel mir doch wieder in die Hände von den Gegnern. Ey, weißt du, da hätten wir so richtig schön nochmal Damage machen können. Aber nein, Kollege sagt sich YOLO. Warum denn auch Damage machen? Braucht man ja nicht in diesem Game, ne? Total scheißegal. Ui, das war gar nicht so scheiß von ihm. Oh. 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 Alter! Ja, aber das wird nicht lange halten. Jo! Ah, es ist vorbei! Und weil es so schön ist, habe ich noch Bock auf eine Runde Dropshot. Aber nicht mit diesen Affen. Alter Vater! Das war ja Aggression pur gerade. Ich weiß, ich bin auch scheiße. So, zurück zum Hauptmenü, damit ich auch auf gar keinen Fall wieder mit diesen Affen zusammenkomme. Und weiter geht's. Ja, krank. Los, wende! Aua. Schwere Arbeitsverletzung. Bring mich mal nahe zu hoch. Last... Drei? Hieß das so? Nee, Last... Drei. Okay. Oh, shit. Das war wirklich blau. Okay. Ah, ich hatte wartet, dass die anderen da vorkommen. Ah, Schnupfnase! Das war schön. Shit! Shit. Bär! Sourbär... Wer war sodass, wo war eingegangen? Naja, von daher. So. Okay, so kommt man also auch ziemlich zeitgleich mit denen an. Nein! Schiaat! Ah, das hat fett Damage, ey. Oh, toll. Oh, toll. Ah, ein bisschen fliegen können die Jungs hier. Oh, jui, jui, jui. Oh, juh, juh. So, was war das denn jetzt? Es ist doch schön, es ist doch schön Oh, shit Oh, oh, oh Alter, als ob das Ding nicht drin war Alter, war der knapp Warum müssen wir das erst aus Mittelfeld mitgefahren? Oh, shit Seh was? 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 scheiße scheiße man ja ich hätte gerne wenigstens noch eine runde gewonnen habe ich jetzt leider gottes nicht aber trotzdem danke fürs zuschauen like und abo wenn euch das ganze gefallen hat wenn ich denn gerne kritik ab in den kommentaren findet ihr unten und ja dann bis zum nächsten mal ja